Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, für Toni läuft nichts nach Plan. Toni gibt ihr Bestes, damit Vanessa endlich ihren Groll gegen sie ablegen kann. Als sich dann im Matrix eine super Gelegenheit für ihre Schwester ergibt, setzt sich Toni leidenschaftlich für sie ein. Vanessa bekommt den Job und scheint in der neu gewonnenen Aufgabe tatsächlich richtig aufzugehen. Doch es dauert nicht lange, da wächst ihr die Verantwortung gewaltig über den Kopf. Eine Katastrophe bahnt sich an. Eine regelrechte Katastrophe zeichnet sich ab. Um diese zu verhindern, sieht sich Toni gezwungen, massiv einzugreifen. Die Frage ist nur, wie wird Vanessa darauf reagieren, dass ihre Schwester einmal mehr alles besser kann? Musik 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 Horn Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020